Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu Feralan German. Ich heiße Sajjad Bahrami und wir lernen heute das Wort heilen. Salam wachschwa, Sajjad Bahrami istan, wo emruz mich haalim Lugatje heilen bemanier, darmann kerden, roi adbegerim. Ok, Beispiel, der Arzt konnte ihn heilen und er wurde wieder gesund. Der Arzt konnte ihn heilen und er wurde wieder gesund. Der Arzt konnte ihn heilen und er wurde wieder gesund und er wurde wieder gesund. Ok, heilbar und heilbar. Abkommen, heilbar, bei der Abkommen, heilbar und heilbar. Bei einem Beispiel bemerkst du? Ich muss ihnen leider mitteilen, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist. Oder ich muss ihnen leider mitteilen, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist. Ich hoffe, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist, dass diese Krankheit nicht mehr heilbar ist. Bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017